Hallo liebe Zuschauer da draußen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier bei einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch gerne mal zeigen, wie ich zu Dagi-Boy werde. Oder Dagi-Bee? Nein, Dagi-Bee? Dagi-Boy. Damit man so eine sexy, geile Sau wird, muss man natürlich Schminke benutzen. Ja, und dazu benutzen wir jetzt erstmal schwarz. Erstmal die ganze Fresse total zu. Das muss ja natürlich auch richtig sexy aussehen. Sonst klappt das natürlich ja nicht hier auf YouTube heutzutage. Ah, da geht noch ein bisschen, finde ich, ne? Ah, mal hier noch ein bisschen. Da noch. So auf der Wange. Ah, ein bisschen noch hier über die Stirn rüber. Ah, so. Nase. Läuft. Was du da draußen gerade siehst, ist das allererste, was du machen musst, damit du ganz erfolgreich wärst, hier auf YouTube. Du musst dich schminken wie Dagi-Bee. Äh, Dagi-Boy, sag ich doch. Verdammt doch mal. Nun nehme ich eine andere Farbe und zwar ist das die Farbe Rot. Weil Rot ist ja auch immer sehr, sehr sexy. Und damit schmieden wir uns auch die Fresse voll. Also einmal über die Stirn, die ganzen Kram. Dann noch ein bisschen da so unser. Ah, hier noch ein bisschen. So. Ja, ein bisschen backen. Ah, da geht noch ein bisschen. So. Also ich würde sagen, dieses Make-up sieht auch bis jetzt schon mal richtig, richtig geil aus. Und nun kommt das Highlight und zwar ist das die Perücke. Ja, Dagi-Bee, ich weiß, du trägst auch eine Perücke, aber das wollen wir alle ja nicht wissen, ne. Also fangen wir jetzt mal an mit der Perücke. Die setze ich mir jetzt hier so rüber. So. So. Ein bisschen die Haare. Schön machen. Und wenn ihr so weit seid, dann kommt, wie ihr seht, natürlich diese typische Veränderung. Ach, Gottchen, ist das wieder geil. Ha, ich bin euer Dagi-Boy, denn ich bin der Einzige hier, denn mir juckt total die Hummel. Mir brennt das Nilpferd. Haut rein, ihr Lieben. Ha, ha, ha. Ha, ha. P